Mit der Interliving Bad Serie 7840 wird Ihr Gästebad zum Hingucker. Die exklusive Front in Nussbaum verkörpert Natürlichkeit. Im Kontrast dazu steht das geradlinige, passgenaue Waschbecken mit der Interliving exklusiven Armatur. Dieser Kontrast wird durch den beleuchteten runden Spiegel noch einmal unterstützt und macht das Bad besonders interessant und hochwertig. Eine weitere Besonderheit die exklusiven Glasauszüge und die Soft-Close-Funktion. Das Interliving Bad Serie 7840 ist ausgezeichnet mit dem goldenen M und hat 5 Jahre Herstellergarantie. Interliving. Möbel für mich gemacht.